gastrobuddy ist ein netzwerk für die gesamte gastronomie gastrobuddy ist die kombination aus einem branchenverzeichnis einer jobbörse einem tauschmarkt und eine community für die gastronomie gastrobuddy ist für gastronomen industriepartner sowie dienstleister und jeden der sich für die gastronomie interessiert egal was du benötigst für die gastronomie du findest alles bei gastrobuddy ich suche elektriker ich suche eine reinigungsfirma oder wenn es mal darum geht du brauchst einen neuen kälte mechaniker du brauchst mal schnell jemanden der sich um irgendwas in der küche kümmert dann ist gastrobuddy genau der richtige ansprechpartner dafür das exklusive ist halt dass du wirklich diese fünf partner die für die gastronomie zugeschrieben sind oder auf die gastronomie geschrieben sind die gebündelt in einem system haben das ist halt wichtig gastrobuddy nimmt dir eigentlich so diesen streueffekt weg und diese ganzen leuten die du vielleicht auch mal nicht ansprechen möchtest gut finde ich bei gastrobuddy dass dann auch mal events angeboten werden schulung fürs personal oder für mich selber sei es neue sachen in der kassenführung oder geht es darum mal cocktails zu machen bei gastrobuddy wirst du informiert über neue trends finde ich super weil da kann der der industriepartner sofort seine seine neuen produkte reinstellen und du als gastronomie findest sie auch direkt ohne dass der mitarbeiter von dem industriepartner dich erstmal ansprechen muss und du findest es direkt bist du über alles neue informiert gastrobuddy ist ja dafür da nicht nur neues personal zu finden sondern auch das bestehende personal mein bestand dass das weitergebildet fortgebildet wird durch diese seminare durch diese kurse dann mit wir unser team stärken hier das über dieses zusätzlich ganz toll um sich selber ist gastronomie zähne zu setzen und seinen laden natürlich auch schon am ball bleiben du kannst genauso schnell wie du da bist auch ruckzuck wieder weg sein muss immer up to date sein heutzutage ist alles digital deswegen finde ich auch gut dass es gastrobuddy als buch gibt